Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich bin hier mit der Michelle im Auto und wir sind bei unserer Wimpern-Stylistin. Also wir gehen heute Wimpern auffüllen und ja, ich werde euch ein bisschen durch den Tag mitnehmen. Ich werde auch ab heute eine 365 Video-Challenge starten, wo wir jeden Tag ein Video aushauen wollen. Eine kleine Mammutaufgabe, aber das habe ich mir fix vorgenommen, weil ich einfach viel zu inkonsequent poste und ich möchte das aber ein bisschen besser machen. Dementsprechend nehmen wir euch heute noch einen Tag mal mit und ja, seid auf jeden Fall gespannt, aber wir sind auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen spät, deswegen let's go, gehen wir rein. So, wie ihr seht, sind wir fertig. Wimpern kleben, bei der Michelle auch. Guckst du? Und du hast ein kleines rotes Auge. Ja, ähm, ja irgendwann hat sie mein Auge angehoben und irgendwas, ich glaube, ich muss er eingeräumt. Ja, dieser Kleber, gell? Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt fertig. Jetzt müssen wir nochmal den Papa anrufen und ihn fragen, ob er schon unterwegs ist. Denn wir haben auch mit dem Philipp heute einen Friseurtermin und müssen noch für Lara ein Geschenk kaufen. Die ist nämlich auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Dementsprechend machen wir das mal. What are you doing? Ich mach mein Bildschirm schön. Du musst ja mach dir ein Bildschirm schön. Ich weiß, ach, zu sehr. Okay. Jetzt haben wir, beziehungsweise ich habe Auto getauscht, ich habe Beifahrer getauscht, ich habe meinen Mann abgeholt und die drei Kleinen, die gehen jetzt mit dem Philipp zum Friseur. Michelle ist zu Hause geblieben und der Papa macht auch sein Bad fresh. Und dann müssen wir für die Lara ein Geschenk haben, das habe ich schon gesagt, weil die geht ja nicht so an Geburtstag, also heute ist der Tag durchgetaktet und voll. Aber ja, so ist es halt bei uns mit mehreren Kindern und zu Hause ist der Patrick mit seiner Freundin, die schlafen glaube ich noch. Das ist 12 Uhr. 12 Wochenende. 12 Wochenende. Ja, der beginnt ja ab Montag zu studieren. Ja, spannende Zeit jetzt auch für ihn. Gut, auf jeden Fall 15 Minuten haben wir einen Termin, schaffen wir, oder? Ja. So, dann nehme ich euch ein bisschen mit. Was macht ihr hier? Ja, das ist langweilig. Ist es langweilig? Du musst auch Haare schneiden. Nein. Philipp hat Styling-Budder bekommen. Wow, Willi. Er schläft bald ein. Genieß das, wenn jemand dein Haar herumfuchtelt. Wow. Sehr gut, Philipp. Schaut ihn an. Wie süß. Philipp ist jetzt fertig. So wie süß. Zeig mal, wie süß du ausschaut. Und jetzt ist der Papa dran, der macht sich ein bisschen in seinem Bad fresh. Aber ich konnte euch jetzt leider nicht hier mitnehmen, weil ich muss mit der Lara zum DM. Magst du hier was von hier mitnehmen? Mama, ich darf. Mama, ich muss jetzt ein bisschen durchlaufen. Warte, Schätze, musst du erst bezahlen. Beim DM sind wir nicht fündig geworden, deswegen schauen wir jetzt zu einem anderen Geschäft. Hier, da drüben, ist ein Bipper. Aber mit drei kleinen Mäusen geht sie sich langsam, oder? Die kleinen Schlafnasen. Guck mal, dein freshen Bad. Oha, fresh. Vielleicht sechs Jahre. Schatz, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zum Geburtstag. Ah, so, ja. Ich habe leider keine Hand frei. Schnappst du die Kinder ein? Ein Hand. So. Ich zeige euch schnell, was wir gekauft haben für den Geburtstag, für die Freundin von der Lara. Die Lara hat sich das ausgesucht, eine Eyeshadow Palette von Revolution. Da sind ganz schöne Farben drin. Dann einmal so Press-on Nails, ganz süße. Dann einen Lipgloss von Essence. H-Klammern in Fledermausen und einen Nagellack. So, Lara. Karte haben wir jetzt keine gekauft. Nicht? Hier wollen wir die. Gibt's keinen. Nicht? Ich baue nicht. So, einfach nur einen Anstrang. Wir bestaunen gerade die wunderschönen Wolken. Schau dir mal das an. Wie wunderbar schaut das aus. Es würden da einfach so Wattepuffs stehen. Ja. Der hinterher, der ganz, ganz heiß ist, da strahlt die Sonne drauf. Und jetzt, kurz bevor wir... Also, nein, ich muss... Also, bevor wir jetzt nach Hause fahren mit den zwei Kleinen, weil Lara haben jetzt schon abgeliefert, werden wir noch kurz zum Ofen reinschauen. Wir brauchen nicht so viel, nur was für heute zum Essen. Wir sind ja nächstes Wochenende nicht da, deswegen schauen wir, dass wir jetzt nicht... viel, ja, dass wir nicht so viel einkaufen. Ich will es nicht. Ja, cheap. Deswegen, ich weiß, ihr wolltet so gerne einen Food holen, wie das eben wird kommen. Aber nicht jetzt, weil, wie gesagt, lohnt sich nicht, weil wir jetzt keinen großen Einkauf machen müssen. So, da lebt. Machst du dir das Essen? Nein. Ja, dann musst du gehen. Ich will auch gleich, ich will sie essen. Luisa auch? Warte, ich hätte die hoch. Oh, mein Gott, ich groß. Wie ist der Garage? Haben wir noch Avocados? Ich bin ja Bock auf Avocado. Ich mag diese total gerne, weil die sind immer essreif. Sind so klebrig irgendwie. Bitte sitzen bleiben. Ja, man sieht einen Garten. Für mich nehme ich gern dieses Brot mit, das zeige ich euch gleich. Ich ernähre mich jetzt glutenfrei und das hat kein Weizen und Hefe zu sein. Ich zeige euch mal, was da drin ist. Da ist nur Buchweizenmehl drin und das ist glutenfrei. Gerstenmalz, Speisesalz, Floh, Samenschalen, Kürbiskerne. Richtig, richtig nice. Absolutes Lieblingsbrot zu Hause. Ja. Ich habe jetzt keine Glutenunverträglichkeit, aber meine Mikronährstoffberaterin hat das mir angeraten, weil ich Hashimoto habe und da ist Gluten halt nicht förderlich. Deswegen kaufe ich auch gerne diese Brötchen. Glutenfrei. So lecker. Beim Hofer gibt es auch so Just Spices Nachmacher. Es gibt hier Rührei, das ist für Rührei Avocado. Und ich nehme das jetzt. Hähnchenmix. Wo ist meine Familie? Hier seid ihr. Ja gut, was noch? Fertig? Let's go. So, jetzt sind wir zu Hause. Ich zeige euch ganz schnell den Einkauf. Ich meine so Großteil ab, den ihr mitbekommt. Spitzpaprika, Raritäten hat es der Bau gekauft. Zucchinis, Chorizo, Gouda, Gurken, faschiertes, der Bau machen es jetzt nämlich Fleischbällchen. Dill, das habe ich euch schon im Geschäft gezeigt. Hähnchenmix, Gewürz, Kartoffeln und Mandarinen. Das war's. Und hier noch das ganze Brot. Und der Baba macht sich jetzt ans Kochen. Baba macht jetzt verschiedene Leibchen, dafür macht er das Brot ein bisschen nass. Ausstrecken. Ausstrecken. Aber das machen wir uns. In Österreich, im Rezept machen wir doch Semmelbrösel rein, oder? Ja. Soll ich die Mandarinen rauslassen? Ja, bitte. Der Meister macht sich ready zum Braten. Ein Schlag Wasser. Und let's go. Wow. Ah, den kennt ihr doch gar nicht, das ist ein neuer Dunstabzug. Unser Alter war schon im Arsch. Was haben wir denn von Amazon? Ja, hier ist die Pfanne für die Pommes. Selbstgeschnäbelte Pommes. Sophie ist auch hier am Start. Hier ist die Pfanne für die Fleischläppchen. Verschiedene Teller sind vorbereitet für Mehl. Weil die Fleischläppchen kommen jetzt ein bisschen so ins Mehl. Und ja. Dann kann man schon essen. Ja, bald. Und hier hat sich der Papa heute, you see, ist die sogar noch warm, eigene Paprikapaste gemacht. Denn er darf ja keine Tomaten essen. Er hat eine krasse Histaminintoleranz. Yeah. Mmm. Yum, yum, yum. So schaut es jetzt fertig aus. Die Leibchen und Pommes dazu. Ich esse das immer gerne mit Senf. Und ja. That's the Endprodukt. Und ich habe jetzt schon mega Hunger. Ich bin jetzt beim Patrick im Zimmer. Hab Färbehandschuhe an, weil ich färbe seiner Freundin die Haare. Ja. Ja. Schwiegermama Duties. Hehehe. Patrick. Wie angecringed bist du, dass ich das gesagt habe? So süß. Holst du bitte von oben Wattepads. Das ist hier im Apothekerschrank im Badezimmer. Mhm. Wir zählen was, ja? Hey, und der Haarklammer. Da hat die Michelle eine. So meine Lieben. Ich hoffe, der kleine Vlog ignoriert bitte die Wäsche. Mama. Das ist mein Bürosessel. Da gebe ich immer die Wäsche drauf. Wenn wir uns umziehen. Wir bedauern. Ja, auf jeden Fall wollte ich Danke sagen, dass ihr heute diesen Vlog angeschaut habt, ihr Lieben. Ich werde mich jetzt hier verabschieden. Es ist schon zu Bettgi-Zeit. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich möchte auf jeden Fall ganz, ganz tüchtig jetzt dranbleiben und jeden Tag ein Video raushauen. Ich will mich wieder so ein bisschen hineinfühlen in das ganze YouTube-Game immer noch so sporadisch zu posten. Das ist halt nicht so meins. Weil dann halte ich mich auch nicht dran, weil ich auch sonst viel zu tun habe. Heute war ja Wochenende. Sonst habe ich viel halt am Laptop mit Jogen, meinem Team. Mein Mann macht ja dasselbe wie ich. Und wir sind ja da beide zusammen sehr fokussiert unter der Woche. Aber ich möchte euch trotzdem so einen Einblick gewähren, was wir halt sonst so machen. Weil wir halt keine typischen Influencer-Youtuber mehr sind. Aber ich möchte so gern halt wieder, weil ich selber so gern YouTube-Videos schaue von anderen. Und dementsprechend, ich liebe es einfach. Ich habe da neun Jahre crazy. Im März werden es zehn Jahre YouTube sein. 20, 25 sind es zehn Jahre. Wow. Ja, gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zumống. Ciao. Bye. Bis zum nächsten Mal.